Auf der relativen Ebene bist du das ja, aber auf der absoluten Ebene halt nicht. Und es ist ja so, als würdest du dich um dein Haus kümmern und so. Wer kümmert sich denn dann da noch? Also wenn das, was du in Wirklichkeit bist, ist ja dann aber ultimativ trotzdem das reine Gewahrsein. Und das muss sich dann kümmern um den Körper? Oder macht es das illusionäre Ego, was sich dann um den Körper kümmert? Was aber eigentlich auch nur erscheint in dem Verste... Weißt du? Also... Oh. How to know you are not the body or the mind. For sure, for sure. Genau, for sure. Immer diese Versprechungen. Genau, danach hast du es geschnallt. Natürlich hat er wieder eine Milliarde Abonnenten, ist ja klar. Hat er? Wie viele hat er denn? Ja, 31.700. Oh, wow. Schon nicht schlecht, ne? Schon nicht schlecht. Bisschen wie Waffenstolf. Ja, wie viel... Den werden wir uns ja auch noch vornehmen. Also nicht hier, aber den nehm ich mir noch vor. Bitte. Erste... Stopp! Erste Annahme! Ist das so grundsätzlich? Genau, weil wir daran zu glauben, wir sind der Körper, das erzeugt Leid. Aber das wird ja ständig so gesagt. Das ist einfach schon mal erstmal so ein Axiom, das wird so hingestellt, zack, das ist so. Zu glauben, dass man ein Körper ist, erzeugt Leid. Naja, sagen wir mal so. Zu glauben, dass ich als körperliche Existenz hier bin, liefert eine ganze Reihe von Erfahrungen letzten Endes. Und natürlich auch Leid, klar. Ja, natürlich, das gehört dazu, auf jeden Fall. Aber es ist auch Freude dabei. Und die ganze Palette ist ja da. Und es gibt auch noch andere aus diesem Bereich, der, ja, irgendwo so aus diesem Non-Duality-Erwachens-Zirkus, da gibt es ja noch so ein paar andere, die gehen mit dem Thema Leid dann aber noch wieder anders um. Die sagen ja noch nicht unbedingt so, ne, das grundsätzlich, der Körper zu sein, zu glauben, dieses Leid erzeugt, sondern die sagen, so, man kann mit Leid aber auch anders umgehen. Und das ist jetzt schon, das ist schon, ja, das ist schon eine krasse Aussage von Mr. Schnuckelig hier, ne? Ja, das ist aber auch die Standard-Aussage von wegen Identifikation erzeugt Leiden, ne? Ja. Das ist ja, ja. Gucken wir mal, was er noch so zu sagen hat. Ich gehe noch ein bisschen zurück. Ich gehe noch mal ein Stück zurück. So, wie Sie wissen, Sie sind nicht die Body oder der Mind? Well, we're not going to get there through belief, are we? Or through some kind of new idea or concept. We have to see it for ourselves clearly. And that can happen by seeing it through an investigation. Not with the mind or the intellect. Not by trying to think about it. But by investigating your actual current experience. I invite you to follow along with me here. And investigate this for yourself right now. So, stay here with me. The mind is made up of thoughts. The voice in your head. Mental images, memories and imagination, right? Which we could all categorize as thinking, right? Well, between... Das ist ja nicht nur denken. Weißt du? Das ist das, was ich sowieso immer so witzig finde. Das wird immer so reduziert auf das Denken. Das ist genauso, wenn die Mama Macaroni irgendwie ankam und sagte, Trauma ist nur ein Gedanke. So, wenn sie wenigstens gesagt hätte, Trauma ist nur ein mentales, komplexes Gebilde. Immer abgesehen davon, dass das Wort nur dann nicht mehr gepasst hätte, ne? Genau, ja, 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 genau. Aber das ist der Punkt. Das ist doch nicht nur denken. Ja, die versuchen hier auch so eine Definition von Denken einem in den Kopf reinzukacken. Weißt du? Das stimmt. Was Denken ist, also zu dem, was in meinem Kopf, in meinem Verstand vor sich geht, wenn ich die Welt wahrnehme oder auch mein Inneres wahrnehme, das ist doch wesentlich mehr als nur denken. Das wird dann so abgewertet, weil natürlich, wenn ich Denken habe im Sinne von ein paar Wörtern und ein paar Bildern und natürlich kann man jederzeit an irgendwelchen Blödsinn denken oder dann hat man eine Gedankengeschichte, die einen mitreißt, okay. Aber das wird dann so, es wird darauf reduziert und damit irgendwie dann auch im nächsten Atemzug auch gleich so abgewertet. Aber was in meinem Kopf vor sich geht an Wahrnehmungen mit allem Drum und Dran und den Gefühlen, die dabei sind und Assoziationen, die ich habe an irgendetwas, das ist weitaus mehr als einfach nur Thinking. Ja, das ist richtig. Das stimmt und das ist ja auch wirklich alles, eigentlich geht ja alles zusammen. in uns, Empfindungen, Gefühle, Gedanken, das ist ja eigentlich nicht, kannst du nicht, kannst du schon, aber das dann nochmal separieren, so ja, hier ist das Denken, der Verstand, der Leid erzeugt, wo er auch noch sagte am Anfang irgendwie, ja, im Denken oder im Verstand sind die ganzen negativen und destruktiven Gedanken. Aber da haben wir nämlich, glaube ich, das Ding, das sind auch die positiven Gedanken und die schönen Gedanken, die werden wieder außer Achte lassen, genauso wie mit dem, mit dem Körper, als wären da nur negative Dinge mit verknüpft. Und das spricht natürlich Leute an, da haben wir es wieder, die zum Beispiel Ängste oder Depressionen und so weiter haben oder Trauma, für die das meiste, was in ihrem Kopf stattfindet, leidvoll ist oder Leute, die krank sind. Körperlich krank auch. Ja, deswegen erreichst du natürlich auch mit solchen Videos Leute nicht, die sich gar nicht in irgendeiner Form auf die Suche begeben. Ja. Warum auch? Klar erreichst du Leute damit, die vielleicht lange schon verzweifelt waren und natürlich hat man dann auch Leute wie mich erreicht, die dann auch noch einen Zustand hatten, der in gewisser Hinsicht dem so ähnelt, was so beschrieben wird. Ja. Aber das ist mir gerade mal so aufgefallen, dieses immer wieder reduzieren, eine Definition von Denken festlegen und das dann irgendwie, das ist dann minimiert, reduziert und kann dann irgendwie ad acta gelegt werden. Ja. Und das stimmt ja, der Begriff nur kommt sehr häufig vor. Ja, genau. Ja. Und das haut so einfach nicht hin, aber das ist wieder so ein Ding, wo einem in so einem Text, wenn man nicht pausiert, dann jubelt das, wird dann immer das so untergejubelt, ne? Der guckt einen so ein Typ an und du guckst so, ja, ja, ja. Und dann jubelt er einem das so unter und dann ist der nächste Satz schon da. Und dann bist du, dann hast du schon diese Prämisse im Kopf, das ist nur Denken. Hm. Ja. Ja. Und dann ist sozusagen der fruchtbare Boden in dir, der ist dann schon mal auf, ja, der ist schon mal ein bisschen aufgelockert worden, sodass sie ihren anderen Kram dann noch einpflanzen können. Das stimmt, absolut. Ja. Well, between two thoughts, does any of you disappear? Suppose you could never think another thought again, no voice in the head, no mental images, no memories or mental imagination. Would any of you disappear or would you still be here 100% wholly? Is das eine Frage? Ja, ich glaube, das ist eine Frage, die dich davon überzeugen soll, dass du auch ohne Denken, komplett ohne jegliche Form von Denken immer noch du bist. Das, was du in Wirklichkeit bist, deine wahre Natur. Also ich sag mal so, es gibt ja durchaus Methoden, die dazu führen können, dass das Denken verlangsamt wird und dass sozusagen die Lücke zwischen Gedanken durchaus verlängert wird. Aber natürlich bin ich trotzdem noch da. Es ist egal, wie viel ich denke oder wie schnell oder wie langsam ich denke. Aber mal gucken, was er noch dazu sagt. Zurück. Mach nochmal Stopp, bitte kurz. Weil das ist wieder sowas eigentlich, wenn du dir das mal vorstellst, also so wie er das jetzt beschreibt, so als Vorstellung, okay, du kannst nie wieder ein Wort in deinem Kopf denken. Du hast auch keine Erinnerungen mehr in deinem Kopf, keine Images mehr, gar nichts mehr. Dann hast du, glaube ich, Probleme in deinem Leben. Ich glaube, dann funktionierst du nicht mehr so gut. Nee, kannst du auch nicht. Das Einzige, was dann noch funktionieren würde, das wären so die Sachen, die sowieso unterschwellig, automatisch, unbewusst ablaufen würden. Oder das, was, keine Ahnung, so, also dann irgendwie ins Langzeitgedächtnis eingegangen ist, wie Klavierspielen oder sowas, dass du das dann noch kannst. Ja. Aber ansonsten, weil das Ding ist, alles, was wir, jedes Wort, das ich jetzt spreche, sobald es gesprochen ist, ist es schon Vergangenheit und ist Teil meiner Erinnerung. Ja. Ich könnte dann ja, ich könnte doch keinen Satz wirklich zu Ende bringen, wenn ich sofort das, die Wörter, die ich gesprochen habe, wieder, also im wahrsten Sinne des Wortes vergessen würde. Wie soll ich denn den Satz zu Ende bringen? Irgendwo in meinem Kopf ist ja immer noch der Gesamtzusammenhang. Und wenn mir der verloren gehen würde, dann, also wenn mir mitten im Satz diese Fähigkeit verloren gehen würde, dann, dann, keine Ahnung, da würde ich irgendwas sagen und dann so, äh, 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 ich, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie soll das denn gehen? Ja, deswegen eigentlich wird, wird auch da dir wieder eine Form von Alzheimer verkauft. Ja, genau, richtig. Daran hatte ich auch gedacht. Und dann fragt man sich so, ist das, das soll, das soll ich sein dann? Das ist erstrebenswert? Das soll mein wahres Ich sein? Ähm, okay, das klingt jetzt nicht so, als würde ich das gerne sein wollen. Aber das Ding ist, das merkst du wieder nicht, wenn du einfach so zuhörst. Weil du, ähm, er fordert dich ja auf dazu, dir das irgendwie vorzustellen. Diese Lücke zwischen den Gedanken und was du dann wärst ohne die Gedanken. Und wenn du dir das nur so kurz anhörst, hast du irgendwie das Gefühl so, oh ja, ja, ich bin ja dann immer noch ich. Aber nein, eigentlich wärst du nicht mehr du. Eigentlich wärst du ein schlechtes Abbild deiner selbst, was du nicht sein möchtest. Und vor allem, das ist ja eigentlich das, was ich ja auch schon mal thematisiert hatte. Wenn ich alles reduzieren würde, alles, was da ist, selbst ein Gefühl von Ich bin, ähm, was davon abhängig ist, dass ich sozusagen, ähm, dieses Ich bin immer noch so eine Art Zeitleiste legen kann, ne? Dass ich sozusagen eine Erinnerung an den Moment vor zehn Sekunden Ich bin hatte. Oder hab. Wenn ich das, wenn ich das alles nicht mehr habe, dann habe ich auch keine Erinnerung daran, dass Ich bin. Selbst ein Gefühl von Ich bin landet in der Vergangenheit. Wenn ich mir dessen gerade bewusst werde. Etwas, was ich mir gerade bewusst mache, landet in dem Moment, wo es bewusst wurde, als Erfahrung schon in der Vergangenheit. Und wenn ich mich daran nicht erinnern kann, dann kann ich nichts zueinander in Relation setzen. Dann kann ich nicht vergleichen. Das heißt, dann bin ich im wahrsten Sinne des Wortes nur jetzt, habe aber, weil sobald eine Nanosekunde vergangen ist, und so schnell können wir nicht wahrnehmen, ne? Sobald eine Nanosekunde vergangen ist, dann ist sie aber schon Vergangenheit, ist schon wieder alles weg. Denn, dann weiß ich nicht mehr, dass ich da bin. Aber das wird ja immer wieder behauptet, dass das trotzdem, dass dieses, das Sein im Hier und Jetzt trotzdem erfahrbar sein soll. Aber welche, wie auch immer, geartete psychische oder mentale Struktur soll das denn bitte noch wahrnehmen? Weil alles, was wir im Moment wissen, ist, dass das Bewusstsein, Wahrnehmung und so weiter sich schon einfach in unserer mentalen, in unserer psychischen Struktur abspielt. Und dafür brauchen wir ein Gehirn. Und wenn das alles nicht mehr gegeben ist, also die, die tun so, das hatte ich ja schon mal gesagt, als würden sie das so dem Körper komplett entreißen. Und als könnte dieses, dieses im Jetzt seiende Etwas, was ich dann bin, ja, als wäre dieses Etwas sich außerhalb des Körpers und außerhalb einer mentalen oder psychischen Struktur trotzdem noch bewusst, dass es da ist. Weil was nützt mir das Ganze ansonsten? Wenn es so ist, wie er sagt, dann wäre ich, dann wüsste ich nicht, dass ich da bin. Was soll ich denn davon haben? Er hat doch in seinem anderen Scheißvideo angekündigt, dass da dann ewige Glückseligkeit ist. Die könnte ich doch gar nicht wahrnehmen. Das geht nicht. Ja, ich meine, wahrscheinlich meint er es wirklich nicht so radikal, sondern meint einfach nur den denkenden Teil in dir, der dann dafür ewig auf Stillstand ist. Aber auch das ist, da nimmst du zwar noch wahr wahrscheinlich, dass du existierst, natürlich, aber da passiert nicht mehr viel in deinem Leben. Ja. Also ja, Grund, wahrscheinlich kannst du noch essen und so weiter, aber du kannst dir eigentlich, kannst deiner Arbeit wahrscheinlich gar nicht mehr nachgehen, weil dazu musst du ja auch einen gewissen Denkvorgang haben und weiß ich nicht überhaupt, kannst, also du kannst sehr wenig dann noch tun. Ja. Also davon würde ich mal ausgehen. Aber mal gucken, vielleicht beantwortet er das ja auch noch in irgendeiner Form. Wie viele von Ihnen disappear? Oder würde Sie still be here 100% wholly you? So, if we were to remove all thoughts, all activity of the mind, and you are still 100% wholly you, then they cannot be vital to you. If the mind is not needed for you to be you, then it cannot be what you essentially are. If you were to remove all thought, you would remain still here, still 100% you. Ich entferne alles, ich entferne den Verstand, ich entferne dir die ganze mentale Aktivität und trotzdem bleibe ich zu 100% ich hier. Als dass ich bin. Das halte ich aber für eine sehr gewagte These. Das ist halt wieder einfach nur so eine These, das ist so eine Annahme, die du dir irgendwie vorstellen kannst. Wenn du nicht weiter tiefer drüber nachdenkst, dann denkst du so, ach ja, könnte ja, 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 ich kann zwischen den Gedanken bin ich ja immer noch da, bin ich immer noch ich. Aber du denkst es halt nicht zu Ende. Ja, vor allem das Ding ist, das ist jetzt eine Behauptung so nach dem Motto, dass du unabhängig von mentaler Aktivität quasi existierst, also bewusst existierst und funktionierst. Also 100% du. Also wirklich getrennt von allem, was im Kopf so in Gedanken und so weiter, mentalen Bildern, ich hatte ja gesagt alles, dass du unabhängig davon existierst und das war's. Aber das widerspricht ja allem, was wir bisher wissen, wie wir als Personen, als denkende, fühlende Wesen funktionieren. Das widerspricht allem. Und das ist wieder so das Ding, das wird hier einfach als Wahrheit hingestellt. Und das Ding ist, es wird ja noch nicht mal in Betracht gezogen, dass das einfach ein Zustand sein könnte, wo sich das so anfühlt. Das ist ja der Punkt. Und es ist ja aller Wahrscheinlichkeit nach davon auszugehen, dass es am ehesten eben so ein subjektiver, individueller Zustand ist, der sich in deinem Kopf abspielt, in deiner Psyche und in deiner mentalen Struktur, dass sich das darin abspielt und sich einfach nur so anfühlt. Da kann ich ja sagen, wenn jemand so ein Gefühl hat und so vor sich hin existiert, ja gut, dann kann er das ja vielleicht machen. Aber das als Wahrheit hinzustellen und als einen anzustrebenden Zustand, das finde ich dann, da überschreitet das dann immer wieder so die Grenze zum Gefährlichen. Weil du einfach nicht weißt, was das in dem Verstand und in dem gesamten mentalen Konstrukt in der Psyche eines Menschen anstellt. Und das ist immer so auch der große Unterschied, wenn sowas verkauft wird. Absolut, absolut. Jetzt kommt er ja nochmal zum Körper zurück. Ja. Ja. ...is made up of sensation, right? What we can see, hear, taste, smell, touch, feel and other senses like heat, pain or balance. So, you have your sense perceptions and you sense the body. You can look down and you can see the body. You can feel and touch it. And that experience arises as sense perceptions that arise in this awareness. Notice that you are aware of the body. Notice that the body appears in this awareness, right? Now, imagine you were a newborn baby. Das ist auch... Da haben wir nämlich das Ding wieder. Ja. Also das Standardkonzept von wegen, da du dir, da du es sehen kannst, kannst du es nicht sein, sondern du kannst nur der Sehende sein, um es jetzt mal so auszudrücken. Oder der Wahrnehmende oder Gewahrsein, Bewusstsein, wie auch immer man das nennen will. Genau. Und das ist das Ding. Du wirst zu etwas, du wirst zu etwas Körperlosem erklärt. Und das ist ja das Ding. Man spricht immer von reinem Sein, reinem Bewusstsein, reinem Gewahrsein. Das ist etwas komplett nicht Greifbares, nichts Festes, wie auch immer. Und nichts Körperliches. Du wirst zu etwas komplett nicht Greifbarem, Körperlosem erklärt. Und alles andere wird nur zu einer Erscheinung erklärt. Er sagt ja, the body appears in this awareness. Der Körper erscheint einfach nur. Es ist eine Erscheinung. Und ich meine, ganz im Ernst, das kann man so rein strukturell schon mal sagen. Ich meine, wir nehmen uns hier die Zeit und dieses Video, das wir hier aufsplitten werden, das wird insgesamt, keine Ahnung, zwei, drei Stunden lang oder was weiß ich. Und auch insgesamt, wie viel und wie lange, wie viele Monate, Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte haben sich Menschen über Wahrnehmung und so weiter Gedanken gemacht und über Bewusstsein und wie das Hirn funktioniert. Und da stellt sich hier wieder jemand hin und hat ein Sechs-Minuten-Video und will einem erklären, was Wahrnehmung ist, wer man wirklich ist. Ich meine, in sechs Minuten, das ist immer wieder derselbe Schmutz. Stellen Sie sich hin und rein strukturell ist es wieder so das Ding, er spricht mit jemandem, der leidet, der das loswerden möchte, der seine wahre Natur erkennen möchte, in der der Frieden ist und kriegt eine einfache Lösung präsentiert in sechs Minuten. Ja, das wollen wir ja alle. Das wollen wir doch alle. Das ist doch alles total schön. Natürlich wäre das schön, wenn wir auf alle komplexen Zusammenhänge irgendwie ständig einfache Lösungen hätten. Das bieten alle an. Das bietet auch die AfD an. Das ist ja nicht mal eine einfache Lösung, weil wir wissen ja beide, wozu das führt, wenn du das glauben möchtest und wohin es führen kann. Und dass es letztendlich dazu führen soll, muss es so, so wie es ausgedrückt wird, dass du dich in irgendeiner Form von deinem Körper und deinen Gedanken dissoziierst. Natürlich, wenn du davon redest, das bist du nicht und du bist nur das, worin es auftaucht. Und dass Dissoziation eventuell für viele kein erstrebenswerter Zustand ist, wissen wir auch. Ja, genau. Ja, genau. Aber das ist für viele offensichtlich, also die nennen es dann natürlich nicht Dissoziation, aber das ist für viele dann offensichtlich ein erstrebenswerter Zustand ist. Das liest man dann ja auch immer wieder in den in den Kommentaren hier unter anderem da von der Lady Reverie 7027 Really wonderful to see another manifestation of I am aware of our true nature. Ja. Er ist einfach nur eine weitere Manifestation von Ich Bin. Ja. Da ist es wieder, ne? Das eine, was sich langweilt und ihn da erträumt hat, damit es sich selbst erkennt. Ja. Und davon gibt es ganz viele mittlerweile, ne? Ganz, ganz viele Manifestationen des Ich Bin, die sich der wahren Natur bewusst sind. Ja. Ach, ist das schön. Mal gucken, was er... Ja. Machen wir noch mal ein bisschen weiter mit dem Ding, ne? Now, imagine you were a newborn baby before you had any knowledge of a body, even before any of the sense perceptions that come online. Would you still essentially be yourself? Moment. Before any of the sense perceptions become online, was will er mir denn da bitte erzählen? Ja, dass du das große Nichts bist. Das heißt, er hat von einem, er hat nicht 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 von einem Zellhaufen gesprochen, im Körper, sondern, er hat nicht von einem Fötus, er hat von einem newborn baby gesprochen. Ja. Ja, wo du auch wieder sagst, woher wissen die, wie sich ein Neugeborenes fühlt? Ja, vor allem dafür gibt es Experimente und die neuesten Erkenntnisse sind, dass selbst neugeborene Babys ein Bewusstsein besitzen wie Erwachsene. Es läuft nur nicht so schnell wie das eines Erwachsenen und ein Ich-Bewusstsein ist noch nicht da. Die sind sich sehr wohl bewusst, dort existiert bewusst und er spricht hier von den Senses, dass die, dass das, dass die, die, die Wahrnehmung der Sinne noch nicht online wäre. Ja. Wo denn online? Noch nicht verbunden mit der Akasha-Chronik oder was? Alter Schwede. Das ist, das ist richtig gewagt. Das ist krass, ne? Das sind krasse Thesen, aber du merkst auch wieder so, was da halt passiert und das ist egal, welchem dieser Sprecher du zuhörst, die machen Gedankenexperimente mit dir und meinen dann, diese Gedankenexperimente würden auf die Wahrheit hindeuten. Auf das, was du da in Wirklichkeit bist, for sure, for sure, überzeugt dich das da. Ein Gedankenexperiment, so, ja, herzlichen Glückwunsch. Also ich meine, kann ich mir auch alles mögliche andere vorstellen, wo ist der Unterschied? Aber so läuft das. Also so habe ich das ja auch. Man hat einen Hauch andere Untersuchungen mit mir gemacht, aber das ist halt das, was passiert. Man macht Gedankenexperimente mit dir, sagt dir, wie du das zu interpretieren hast und, ja, und dann denkst du, das ist so. Boah, man muss so aufpassen, man muss da so aufpassen. Man darf sowas überhaupt nicht und da ist Social Media insgesamt total gefährlich. In vielen Bereichen. Das ist gerade so auch TikTok und so ein Scheiß, wo so ganz schnell, oder auch die Shorts und Reels, wo ganz schnell irgendwas durchgezogen wird und dann wird geswiped, geswiped, geswiped und dann kommt der nächste Inhalt, weil auch von so einem Scheiß, gerade so der, der Steffen Wolf alias Weffenstolf, der kannst du ja auch seine ganzen Shorts, die kannst du ja durchswipen und dann hörst du immer wieder dieselbe Scheiße, die er dann labert und wo die Prämissen und sich selbstbestätigende Logik die ganze Zeit loslabert. Und das ist so gefährlich, die Leute stoppen ja nicht, es stoppt ja niemand und hört sich das mal genau an, aber ich mach nochmal weiter hier. Das Einzige, was, oh, das ist sowas von unfassbar frech. Wie gesagt, das Einzige, was ein Baby noch nicht hat, ist ein Ich-Bewusstsein. Und das ist etwas, was, wie gesagt, das lässt sich durch Experimente bestätigen, circa mit zwei Jahren, ungefähr, also die bestehen dann diesen Farbkleckstest unter anderem, wo sie sich dann im Spiegel erkennen. Ach der mit, ja, ja. Ja, wobei ich mir, ich bin mir immer nicht so sicher, ob da, nur weil du dich nicht im Spiegel erkennst, du kein Ich-Bewusstsein hast. Ist aber wieder die Frage, wie definiert man Ich-Bewusstsein? Ich weiß nicht, aber das will ich jetzt nicht ausbreiten. Also in jedem Falle, aber was definitiv, was Fakt ist, ähm, sie besitzen Bewusstsein und auch ein Körperbewusstsein. Er behauptet hier, die würden quasi ihren Körper nicht wahrnehmen. Ja. Alter, was macht der Typ? Aus welchem Loch ist der gekrochen? Was hat der für einen Background? Das weiß ich nicht, das habe ich nicht recherchiert. Ich hatte nur das Gefühl, der argumentiert so, wie viele andere auch argumentieren würden, in dem Fall, und macht eben diese, diese Gedankendinger da mit dir und du sollst dich in irgendwelche Zustände gedanklich reinversetzen und dadurch die Wahrheit erkennen ähm, und eben sollst alles von dir abtrennen, um dann noch, dass das, was übrig bleibt, das bist dann du, ne, wenn du keine Körperempfindung mehr wahrnimmst, das, das, was dann übrig bleibt, das bist du. So, okay. Ja, also offensichtlich, also er kann mit einer Kamera, mit einem Mikrofon und mit einem Bartschneider umgehen, aber mit wissenschaftlicher Methodik kann er nicht umgehen. Das ist, das ist so. Oh, Hammer. In this awareness, right? Now, imagine you were a newborn baby before you had any knowledge of a body, even before any of the sense perceptions had come online. Would you still essentially be yourself? Yourself, but just not perceiving a body, right? There are these sense perceptions appearing in this awareness, but let's imagine we removed all the sensations and perceptions. What would remain? Only awareness, only pure consciousness, only you. Again, go to your actual direct current experience. do you appear in your body or does the body appear in you? Does awareness appear in the body or does the body appear in awareness? Yes. Bitte fang du an. Das ist, das ist wieder so ein Ding, wo ich sagen muss, ich, natürlich kann ich, wenn ich, wenn ich diese Gedankenexperimente einfach zu Ende führe, natürlich kann ich dann sagen, ja, ich entferne Stück für Stück irgendwas von meinem Körper. natürlich kann ich das sagen, das kann ich bis zum Gehirn machen und gebe dem Gehirn dann einfach nur so ein paar Sensoren, damit ich zumindest was höre und was sehe. Okay, ja, dann kann ich sagen, ja, ja, okay, ich bin nicht der Körper. Ja, natürlich, weil letzten Endes, ähm, mein Gefühl, da zu sein, ist irgendwie, wird irgendwie meinetwegen erzeugt im Gehirn. Oder meinetwegen sage ich noch, okay, ähm, ich bewohne irgendwie, äh, diesen Körper oder ich bewohne das Gehirn mit meiner Seele, wenn ich das so sagen möchte. Wie auch immer, so, aber das Gehirn ist ja, ist ja als Zentrum, ja, gedacht als Zentrum der Wahrnehmung, als Zentrum von, ich empfange Signale vom Körper und ich gebe dem Körper Signale. so, deswegen ist das schon durchaus sinnig, dass ich mich eher, wenn ich das wirklich gedanklich zurück, äh, also reduziere und gedanklich mich sozusagen suche, dass ich mich eher im Kopf und nicht einfach so im, also eher im Gehirn und nicht, nicht unbedingt in dem Körper, sehe, abgesehen davon, dass ich mich selbstverständlich im Körper fühle, so, so, ich nehme die Welt ja darüber wahr und dafür, darüber kriege ich doch ganz viel Feedback, so, wenn ich, wenn ich Dinge berühre, wenn ich eine Treppe gehe, wie soll ich denn ohne Körperwahrnehmung eine Treppe hochsteigen? Auch wenn ich, ich könnte, ich könnte nichts mehr fühlen, gar nichts, dann würde ich noch nicht mal fühlen, dass, dass die Wand einen Widerstand bietet, so, und das brauche ich ja für mein gesamtes Dasein als Mensch, ähm, mit, mit Körper, aber natürlich kann ich, wenn ich das möchte, kann ich das gedanklich so durchspielen, kann ich sagen, ja, ich kann meinen Körper sehen, ich kann meine Hand sehen und ich weiß, dass ich nicht einfach exklusiv meine Hand bin, so, und wenn mein Körper weg ist und ich noch der Kopf bin, ja, meine Wegen, dann kann ich ja sagen, ja, klar bin ich dann nicht mehr der Körper. Na ja, aber dann bist du trotzdem noch dein Kopf, also, weil, da ist dein Gedankenexperiment mit, nur das Gehirn mit Sensoren, alles schön und gut, aber das ist sehr weit von der Realität entfernt, also, du könntest nicht leben, ohne zumindest gewisse Teile deines Körpers, dass die noch vorhanden sind, insofern muss man da, und selbst dein Gehirn ist quasi, ist Körper, ist Körper, ist auch Körper, also, funktioniert so einfach nicht, du musst, solange du hier bist, bist du immer Teil des Körpers auch, oder du bist halt beides, würde ich sagen, oder das ist die normale Art, glaube ich, wie wir das empfinden. Genau, aber es wird halt, es wird ja quasi negiert, es wird ja negiert, dass ich das Gehirn auch überhaupt für Wahrnehmung brauche, das ist ja immer das Ding, aber das wurde ja vorher schon festgelegt, das ist ja genau der Punkt, es wurde vorher festgelegt, du bist das gar nicht, du bist etwas viel Größeres, was darüber hinausgeht und alles, was mit Wahrnehmung und so weiter zu tun hat und der Awareness, ja, deswegen werden die auch immer wieder schön diese Wörter neu, erfunden oder ganz groß geschrieben oder so und das wird dann einfach aus dem Körper rausgenommen und irgendwo nach hinten verfrachtet und als Leinwand deklariert, auf der dann alles erscheint. Das wird ja immer gemacht und rein bei einem Gedankenexperiment kann ich sagen, ja, okay, ja, klar, ein Stück weit kann ich das nachvollziehen, aber der Punkt ist halt eben, dieser Schritt, wo man dann halt sagt, der Körper erscheint nur in dir. das, von dem du kannst, das, was er jetzt tun will, ja, diese Reduzierung, also ich kann es nur wirklich bis aufs Gehirn reduzieren, weiter kann ich das, wenn ich das wollte, nicht reduzieren. Das geht nicht, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, aber er tut so, als könnte man das jetzt darüber hinaus noch reduzieren, nämlich auf, bis auf das, was noch hinter dem Gehirn sozusagen liegt. Aber das ist nur eine Behauptung. Das ist, das ist wiederum eine Behauptung, die nicht belegt ist. Das wird im Vorwege festgelegt als wahr und dann wird gesagt, ja, guck mal, wenn du das so und so und so und so überlegst und das reduzier mal und wenn du ein Baby bist und bla, was ist denn dann? Dann musst du doch etwas anderes sein, was dahinter liegt. Aber damit hat er das einem schon untergejubelt, dass wir auch außerhalb des Gehirns sind. Das ist so. Sie extrahieren also das gesamte Wahrnehmungsapparat, den gesamten Awareness-Apparat, extrahieren die aus dem Körper an einen anderen Ort, an diesen ortlosen Ort. Da wird das herausgezogen und dahingestellt und gesagt, ja, dann ist doch klar, dann ist der Körper nur darin. Ja, wenn das so wäre, ja, aber das kannst du nicht als Prämisse voraussetzen. Dann kannst du nicht sagen, das ist einfach wahr. Aber nur so funktioniert das nämlich. Und wenn du das nicht mitkriegst, wenn du nicht mitkriegst, dass das gemacht wird, indem du halt mal stoppst, das kannst du bei Videos, wir können das hier beim Video machen. Aber wer jetzt im Satzsang sitzt oder so oder wer jetzt einfach nur sich berieseln lassen möchte, weil er in einen schöneren Zustand will, ja, der stoppt nicht. Und dann wird irgendwann im Laufe des Videos und vieler Videos, die man guckt, wird ja auch vergessen, dass das Prämissen sind. Man vergisst es. Total. Total. Und du hast halt dann so, für mich ist es halt immer so, ja, du kannst dir das vorstellen. Alles, der Körper ist in mir und nicht andersrum. Du kannst dir das vorstellen. Und gerade wir mit DP können uns das sehr gut vorstellen. Extrem gut vorstellen. Das heißt, du erschaffst eine Vorstellung und dann sagt dir jemand, das ist die Realität. Und dann bist du so, oh ja, und merkst nicht, dass du es dir nur vorstellst, sondern da passiert dann diese, also gut, die DP jetzt außen vor genommen. Aber es war ja vorher für mich auch schon so, dass ich das Gefühl hatte von so, oh ja, ich fühle das irgendwie. Ich kann das irgendwie fühlen, dass ich dieses reine Gewahrsein bin, in dem alles auftaucht. Aber es ist einfach nur, es ist eine Vorstellung, die da erschaffen wird. Ein mentales Bild, quasi. Was ein Gefühl erzeugt wiederum, weil das alles zusammengehört. Und dann sagt dir jemand, ja, so ist es. Und dann denkst du, oh ja. Und dann sitzt du da, wenn du was suchst. Genau. Aber es ist dann ja gar kein Gefühl mehr, weil ja vorher schon gesagt wurde, du bist dahinter. Deswegen ist das ja gar kein persönliches Gefühl. Theoretisch nicht, ja. Ist es aber komischerweise trotzdem, würde ich mal sagen. Natürlich ist es das. Natürlich ist es das. Das findet alles nur im Kopf statt. Natürlich ist es das. Aber wenn du das alles schon, wenn du diesen Boden schon bereitet hast, da ist die Straße schon gepflastert. Und dann fühlst du dieses Gefühl, oh, das ist aber nur ein gefühlloses Gefühl. Das fühle ich nicht im Körper. Ich bin das jetzt. Weil das ist ja schon vorbereitet. Er hat ja gesagt, dass das so ist. Und es ist ja auch, wie in dem Kommentar vorzulesen war, es ist erfahrbar. Genau. Scheinbar. Scheinbar. Scheiß, ja. Tatsächlich scheinbar. Scheinbar, ja doch. Na gut. von Alex. Oh, man kann hier, man sieht das gerade, apply for the free one-on-one. Ah, natürlich, natürlich. Speak to alex.com. Sehr schön. Unbedingt. Er gibt dir dann eine Viertelstunde, um dich davon zu überzeugen, dass du seinen Kurs für 3000 Euro buchen sollst. Genau, richtig. Schön. Ja. A space that all the sense perceptions appear in and as. Now go to this awareness, this pure I am-ness, before all thought and all experience of the body or mind. Was this ever born? Will it ever die? It doesn't appear in time. The appearance of time appears in it. And I say appearance as it's only an appearance. The future is imaginary. The past is memories. Ach, schön. Okay, na klar. Ja, der packt einfach alles mit rein. Da ist einfach so alles mit drin. Also, man hat an dem Werbevideo vorhin schon gesehen, es ist das Rundum-Sorglos-Paket, was er anbietet. Weil, natürlich, für alle, die jetzt Angst vorm Sterben haben, das ist, das ist, das ist vor allem, das ist vor Geburt und Tod, ne? Und vor allem, das Ding ist, dann kommt er, dass selbst Zeit quasi nur etwas ist, was darin entsteht. So, dann nimmt er sich dieses, ach. Und vor allem, dann geht er auch wieder so schnell darüber hinweg, also darüber, über das Empfinden von Zeit und was Zeit wirklich ist. Also, da kannst du wirklich stundenlang Dokus gucken und Bücher wälzen, ja, was Zeit ist. Da müsstest du dich auch mit Einstein auseinandersetzen, was Zeit ist. Aber er geht gleich wieder darüber hinweg und nimmt als Beispiel, dass die Vergangenheit ja nur quasi eine Erinnerung ist, was in gewisser Hinsicht natürlich stimmt. Es ist ja kein Ort, an dem ich reisen kann. Ja. So kann ich ja nicht, kann ich. Es ist sie passiert. Es ist sie passiert, aber es ist halt nur eine Erinnerung. In gewisser Hinsicht, ja, es ist auch eine Erinnerung. Und die Zukunft ist halt nur eine Vorstellung, ne? Das Gestern ist Geschichte, das Morgen nur Gerüchte. Das wurde schon bei Kung Fu Panda gesagt. Ja, schönen Tanke. Ja, aber das ist auch wieder nur, nur, ne? Alles ist immer nur, nur, wird runtergespielt, runtergemacht, ist nicht, ist alles nicht real. Und dass Dinge passieren werden, ist aber klar. Solange ich, also für, also selbst für mich, selbst wenn ich jetzt tot umfalle, kann ich sagen, okay, dann geschehen nicht mehr Dinge für mich, in Ordnung. Aber für die anderen schon. So, aber es wird irgendetwas passieren. Es ist ja, ne? Also, deswegen, dass es nur Vorstellungen sind, stimmt halt nicht. Ich meine, es gibt natürlich so ein paar durchaus wertvolle Aspekte daran, aber das sind ja gewissermaßen auch schon wieder Binsenweisheiten. Dass man, dass man irgendwie versuchen sollte, meistens ja mit Hilfe, ähm, an vergangenen Ereignissen nicht zu sehr festzuhalten. Aber das ist ja auch mitunter keine unbedingt so freiwillige Entscheidung. Wenn man mal an Traumata denkt, ne? Mhm. Dass man, also etwas dafür tun sollte, nicht so sehr daran festzuhalten. Geschenkt. Und dass man irgendwie in einen Zustand kommen sollte, wo man sich nicht so sehr vor möglichen zukünftigen Ereignissen fürchtet. Ja, auch geschenkt. Alles gut. Ne? Aber das heißt eben nicht, dass es alles nur eine Vorstellung ist und nur ein, eine Erinnerung. Und sonst ist es nichts. Und sonst gibt es gar keine Zeit. Ja. Ja. Die reden auch immer in diesen Superlativen und diesen Absolutismen und in dieser krassen Reduzierung. Ja, das ist ja Standard. Ja. Und es ist halt auch, du hast gerade gesagt, man kann so viele Bücher lesen über Zeit und da kannst du ganz Vorträge drüber halten. Ja, es ist richtig. Aber es ist natürlich einfach, wenn du dich halt in diesen Ort begibst von dir, ja, ich bin das reine Gewahrsein und alles ist einfach nur in mir, dann muss ich, also mit diesem Inhalt muss ich mich dann gar nicht mehr befassen. Weil ich muss mich ja nur damit befassen, dieses reine Gewahrsein zu sein. Oder wie ich da hinkomme oder mir das vorstellen oder was auch immer. Und alles, was da drin ist, ist ja irrelevant. Das kann auch alles weg. Ja, das ist viel einfacher. Das ist viel schöner. Ja. Das ist klar, das ist toll. Das wollen wir alle. Ja. Oder mind. Was this ever born? Will it ever die? It doesn't appear in time. The appearance of time appears in it. And I say appearance as it's only an appearance. The future is imaginary. The past is memories. Both are thoughts which appears in awareness which isn't going anywhere and didn't come from anywhere. So, you are not the body or the mind. but here's the plot twist on the relative level you are the body and the mind even though ultimately you are not the body and the mind and you are this infinite being who's creating this temporary human experience. You still attend to the needs of the body and the mind just as you would attend to the needs of your car, room or house. You do your best to keep everything healthy and in order for the duration of this earth experience. But ultimately it is seen to be an appearance within you. You might say well if I am not the body or the mind and I am this infinite being then why am I not aware of the whole universe or the rest of consciousness? why am I appearing as this temporary limited human experience? Well in order for there to be experience infinite consciousness seems to localize itself through a body and a mind so that it can appear to itself. The infinite being that you are is so powerful that it can create the experience of being a limited human with a body and a mind in a world where you forget that you are the infinite being. In fact it can do that 8 billion times over simultaneously trillions of times simultaneously when you include animals. In fact it can appear as anything absolutely anything and it's you. I hope this video helped. If you want further help overcoming chronic anxiety fear or negative thought patterns go to speaktoalex.com and book a time for us to chat about helping you with your challenges. Oh yeah das war das war ja zum Schluss echt nochmal so der Märchenonkel ne? Ja. Da hat er einfach nochmal diese Geschichte erzählt von dem einen was dann auch aber sich quasi selbst die Geschichte erzählt von den vielen und dann ist es im Körper und ja und das macht es dann simultan 8 Milliarden Mal bla 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 ja schon tausendmal gehört. Ja und ich meine davor hattest du dann diese Nummer von wegen ja auf der relativen Ebene bist du das ja aber auf der absoluten Ebene halt nicht und es ist ja so als würdest du dich um dein Haus kümmern und so wer kümmert sich denn dann da noch also wenn das was du in Wirklichkeit bist ist ja dann aber ultimativ trotzdem das reine Gewahrsein und das muss sich dann kümmern um den Körper oder macht es das illusionäre Ego was sich dann um den Körper kümmert was aber eigentlich auch nur erscheint in dem weißt du also und einerseits denke ich mir so okay also bin ich ja dann immer froh wenn Leute zumindest noch diese Erscheinung oh mein Gott diese Unterscheidung machen damit eventuell noch die Chance besteht dass die Leute nicht weißt du dass die Leute noch so ein bisschen Kontakt zu sich selbst behalten können wenn man zumindest sagt so ja so ein bisschen real ist das auch aber trotzdem du willst ja dann trotzdem die ultimative Realität du willst ja nicht diese relative irgendwas da wo du auch leidest und so weiter du willst ja dann schon weg von der Identifikation zu dem was die absolute Realität insofern weiß ich nicht ob es das wirklich besser macht das ist so ein bisschen ja und dann halt am Ende spricht ja noch mal schön die wirklich anhören genau richtig super super ja das ist alles sehr gruselig ist crazy ne das ist richtig crazy